Wenn der Ruhm, den Ryuji gerade gesagt hat, ist wahr, müssen es andere Begriffe sein. Dann lese ich halt noch mal was. Hm, naja. Einmal Soße, bitte. Ich werde hier gerade schon wieder einfach nur noch rumgetrieben, ne? Yo! Wir gehen jetzt auch zur Hustung. Wer ist das? Entschuldigung. Das ist Nakanohara. Mishima hat gesagt, ihn heute hier in Shibuya zu treffen. Für echt? Mein Name ist Nakanohara. Natsuhiko Nakanohara. Derjenige, der auf der Phantom-Aficionado-Webseite veröffentlicht wurde. Er sieht ziemlich gut aus. Er sieht nicht aus wie der Stalker-Type. Ich denke, die Veränderung der Herz muss funktionieren. Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen, für jemanden in der Shujin mit einem Kekang. Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen. Er hat sich auch eine kleine Pupil. Er hat mich gebrochen. Ich bin sehr gewalt. Alle Jahre, meine Senior-Aufgleichen. Obwohl, Madarame ist ergegen. Alles, was er gemacht hat, war als Matarame Original. Er war nicht die einzige Begründung. Genau, wir haben wirkliche Begründung des Plagiarismus. In Begründung zu Matarame-Aktions, der Senior-Pupil verletzte Suicide. Suicide? Er muss nicht sein, dass er seine Arbeit verletzt wurde unter Matarame-Name. Das war dann, wenn ich die Orte der Matarame-Aktions-Aktions-Aktions-Aktions-Aktions. Ich habe schnell geflogen auf andere Teil der Art-Welt und meine Leben als Pferde wurde verletzt. Ich versuche eine neue Leve, arbeiten in einem Pfad. Aber es war keine Worte. Mein Begründung zu Art warpte meine Emotionen. Pürger ich mich zu alles. In der Ende habe ich sogar einen Stalker geworden. Hmm, ich wollte es mit uns wieder fragen. Bitte pilest Matarame für eine die deve así. Nicht nur für mich, sondern auch für die Leben für einen anderen Mann. Selbst jetzt, noch ein junger Mann bleibt unter der Tutelage des Matarame. Ich denke, er ist von deinem Alter. Das muss sein, Yusuke. Nicht nur für ihn ein künstlerer Arteist, er auch für Matarame verabschiede ihn, nach seiner Mutter. Er ist der perfekte Ziel. Also, Yusuke hat keine Wahl, aber zu hören. Ich habe ihn ein paar Mal gesprochen, nachdem ich noch in Matarame war. Ich habe ihn gefragt, ob er es schrecklich fühlt sich, mit Matarame zu bleiben. Und du kennst dich, was er sagte? Wenn ich mich verlassen würde, würde ich. Kitagawa-kun. Ich habe kein Recht zu sagen, weil ich meine persönliche Angelegenheit zu sagen. Aber ich will nicht mehr sehen, dass ich einen anderen Gelegenheit gesehen habe. Ich möchte einen Weg finden, um diesen jungen Mann zu retten. Er hat einen heißen Zukunft vor dem Himmel. Bitte, das vor allem, wenn wir denken, um sich zu ändern, um den Matarame zu ändern. Wir haben uns gefordert, um direkt auf der Seite einer von Matarame zu verabschieden. Es scheint, dass wir nicht die Zeit haben, um sich zu ändern, ob sich oder nicht zu ändern, um den Matarame zu ändern. Ja, der Mann ist einfach ein Schein, der auf die Wege betrifft. Geist. Ich werde nie etwas so passieren. Plus, wir haben endlich gehört, wie die Kitagawa-kun wirklich fühlt. Also, seitdem wir eine unangenehme Entscheidung haben, können wir das noch weitergehen? Meine Lieben, willkommen zu unserer neuen Geheimnis! Unsere Target diese Zeit ist Matarame. Wir alle gesehen haben, das Paläste. Wir bezahlen können, wenn wir es nur so sein wird, wie das letzte Mal. Und weiter, die Frau Ahn ist auf der Linie. Was? Wir müssen das, was wir gemacht haben mit Kamoshida. Erstens, wir haben eine Infiltration-Route in der Paläste. Nach dem, wir senden unsere Karte. Als die Schmerzen hat, wir sie verletzieren. Oh, oh, ich habe eine Frage. Matarame weiß noch nicht, dass wir etwas in der Paläste noch wissen. Warum sind wir bereits getötet, wie kriminelle da unten? Du wirst, Ryuji. Gut gemacht. Das muss sein, weil er niemand glaubt. Ein jeder ungewöhnlicher Person kann sein. Das muss sein, dass er ein Schmerzen ist. Oder vielleicht ist er super schmerzen, von all diesen rumoren, die sich über ihn verbreiten. Dann ist das Paläste so verrückt, hat nichts zu tun mit uns? In der Fall, wir sollten uns auf unsere besten Behandlung bleiben. Es wird schwer für uns zu holen, wenn wir die Schmerzen haben, um die Sicherheit zu erhöhen. Wir müssen uns auch auf den Kitagawa-kunen. Ich bin sicher, dass alles, was er sieht wird, wird auf den Matarame. Das stimmt. Das stimmt. Hey, was wird der Schmerzen von Matarame aussehen? Ein weiterer Krone? Ich wundere mich. Aber meine Schmerzen wissen, wenn ich ihn sehe. Oh ja, du bist komplett schmerzt, hm? Unsere Zeitung ist, wenn der Exhibit endet, richtig? Das bedeutet... 5 Juni. Wir werden den Plan ab, nachdem wir den Karten abgeben haben. Wir werden die Schmerzen von der Schmerzen beherrschen, zwei Tage vorhin, auf 2 Juni. Jetzt hör mal hier. Wir können das nicht messen, egal was. Okay? Okay. Machen wir doch einfach direkt in die Schmerzen. Ich prob mir hier gerade was zu essen. Wenn ich da gerade überhaupt weiter... Okay. 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 Ich mach. Ich mach. Oh, das war schön. Okay. Komm in rein. Wir haben viel zu diskutieren. Kann ich jetzt mehrere Fusionen auf einmal machen? Oder mehrere Personas zusammen fusionieren? Das meine ich. War hart? Nee, war nicht hart. Ich trage mich viel zu tun. I hab nicht mehr. Ich hab viel zu tun. was hat er mir gegeben wenn ich kann jetzt gerade nichts tun intensiv konzentpunkt wert magische skills gegen einen gegner um 20 prozent okay man von nur wissen darüber gegeben oder wie reduziert die sp kosten von detectives geht um 50 prozent das ist 20 wahrscheinlich wegen chance geschockt zu verursachen oder ist es 10 und wird auch 5 runter gemacht wenn ich es nutze wird es einfach nicht angezeigt bei den anderen wird es ja auch nicht angezeigt erhöht schadsmenge nach übergabe das ist gut weil ich vorher ja sowieso hat stemmen das ist ja auch nicht angezeigt Vielen Dank.